Mein Name ist Hermann Merz, ich bin Präsident einer Wirtschaftsvereinigung IVW von St. Gallen. Am Wirtschaftsstandort St. Gallen liebe ich die emsig arbeitende Arbeitswelt, die Zuverlässigkeit des Gegenübers, der Standort ist überschaubar, man kennt sich. Attraktiv empfinde ich die Kombination von Lebens- und Wirtschaftsraum. Die Standortförderung ist für mich das Scharnieren zwischen Wirtschaft und Politik. Für mich eine unglaublich wichtige Institution. Sie unterstützt in erster Linie die ansässigen Unternehmungen. Die Basis unserer Zusammenarbeit ist die Einhaltung von Werten. Die IVW profitiert vom unglaublichen Netzwerk der Standortförderung. Standortförderung – eine feine Sache. Sind mehrkkästeNote – eine feine Sache. Vielen Dank.